Wir müssen die Bio-Frage-Belle So! Willkommen zu deinem Tag von Don't land these rainbows Siege Willkommen zu Rulps Siege Ihr auch Bartletto, Schwanzlitzschuss Mit Bereissichern Und den Kiraschner-Truck Hallo! WTF Coop war, Alter Du hast ihn noch nie so hässlich gehäuspert wie gerade eben Nice! Was? Das war ein ganz klarer Drohnenkill mit der Piste Der war wohl sogar richtig Swaggy wäre der gewesen Swaggy? Wir bauen noch Reinforcements oben Und meine Rüstungen liegen auch oben, ne? Wobei... Wobei oben ist inzwischen kein Punkt mehr Es ist dann nur noch unten Contest Ja, aber die können oben reinkommen Warte, warum kann das jetzt so? Nöööö Damm, dumm, 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 dumm Damm, dumm, dumm, dumm Ich hab schon alle... Allen Shit ausgegeben Hallo, Rains? Ich glaub Daniel war zu viel auf Pornhub unterwegs Die letzten Tage Und hat nach Rains gesucht Oh nein Er hat einfach... Er hat nach Rains gesucht Er hat Hogan gefunden Was? Die Tür hier Hier schießen sie rein Oben sind sie glaub ich schon drin Da Respekt zu dem ich bin Ich hab's hier Ich hab's hier Ich hab's hier Ich hab's hier Und du kannst den Rest Sagt er das echt so gay? Oh, Bandits Das ist das nicht Fettschertod Ich hab's hier Ich hab's hier Ich hab's hier Ja, sehr ähnlich Ich hab's hier Ich hab's hier Ich hab's hier Das ist noch ne Thema Also ungefähr Da ist noch einer draußen am Festland Firmheit, hi Ja, da ist noch einer am Eingang da Firmheit ist schon im Nebenraum Jetzt nicht mehr Einer höh... Einer höh ich über mir Hm, bei mir geht wirklich... Der war auch on point der eben Muss ich mich mal loben Gib'n los ab Nice Nice WTF Was ist los mit mir, Alter? Go home, young, you're drunk Kann sein, dass die hier in dem großen Vorraum irgendwo aufmachen? Weiß ich nicht Ich bin nicht mehr unten Irgendwo wird hier reingeschossen und zerstört Ja, hier im Vorraum ist... Irgendwie einer, glaub ich Grundsätzlich kann das immer sein, Sub Hey, pass auf Wir müssen noch... Na, ich muss kurz Ich hab was vergessen Ich hab was vergessen Ich hab was vergessen Meine Rüstung erstmal genommen, danke Aua Die schießen durch die Barrikade und random und treffen mich Äh, steht draußen noch Außerhalb des Hauses Die hat mich von draußen durch ne Barrikade getötet Bad luck, ey Na, guck dir immer nur das Fenster durch Das Fenster hier unten, ja Da sind zwei, Glass war da auch Hier ist Buck, Buck ist markiert, ist unten Nein, Ash hat mich auch erwischt, Ash ist aber low Oh es gibt es nicht Nein nein nein! Nein 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 deinne Was zum fuck Daniel? Nähä, Stress Alter, bei mir hab ich ihr sogar einen Headshot gegeben, ne Das ist der wahnsinn Bei mir gebe ich Ash einen Headshot und sie lebt noch Oh oh Random ist zund allieds zu gebrauchen Opa Aaukba oben bei dir NOAH, es gibt das doch nicht Ah das ist wieder nur Ash die da so hat Draußen am Fenster ist Ash und noch jemand Ich glaube nicht, dass du Daniel so wiederholen kannst. Ich glaube, Daniel muss mal ein bisschen wegrollen. Na, dann bin ich aber tot. Oh, jetzt kommt sie, kommt, sie, kommt, sie, kommt, sie, kommt, sie, kommt. Ich muss nicht sagen. Ey, ist das voll die Schlampe, ey. Ja, ich hab dem sogar, ich hab den, also ich kann das mal eben, ich hab mir die Killcam nochmal geguckt. Ich hab dem sogar ein Dings, ein Headshot gegeben. Und nicht killst du halt von draußen durch ein geschlossener Brick. Ich kann das wirklich mal rausschneiden, ich hab hier echt ein Headshot gegeben. Und ich freu mich auch irgendwie, ob die jetzt Anerkennung von allen wollen, oder wieso man das irgendwie jetzt in, was in meinen Allgemeinschat schreiben muss, das triggert mich meistens. Ich hab mir nichts geschafft, ich bin so da. Ignorieren. Kannst du quasi unter sich jubeln, jubeln darf man natürlich erwarten. Ja, das kann ja irgendwie mal zeigen, von wegen Operation Health. Man sieht sogar in der Killcam, wie ihr Kopf so zurücksnappt, wie beim Headshot. W-W-W-E-Punk-Zeg-Punker. W-W-W-E. Ja. 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 Zero Rain-Six. Ja. Küche leer. Ohhhhhhhhhhh. Habt die gehört irgendwo? Wo waren die da? Hä? Na, die sind oben, Klassenzimmer. Oder, ja, die sind ja auch. Klassenzimmer. Ah, der Raum ist richtig crap. Die Quevera steht schon vor dem Fenster. Ja, das weiß ich, ob die auf K ist oder wo. Nee, die will ja, die, die schreibt und wir jetzt aus dem Fenster schießen. Ach, das ist wohl der F... Nee, der Spastis Jäger. Ja, ja doch, der ist doch. Der Spastis Jäger. Der Öffekraut. Hat aber richtig gute Argumente, muss man sagen, ja. Sitzen hot. Das einzige Gute daran ist, die Rauslaufscheiß ist auf der Welt nicht so krass. Ich hab ein Rutzungspaket zerstört. Durch ne Barrikade. Da kommt, glaub ich, Smoke Grenade, Daniel, oder? War das Smoke Grenade? Fuck, was ist da angeflogen? Keine Ahnung. Okay, dann hab ich das gesehen. Hast du ne Drohne? Ich schick ne Drohne sonst rein. Jojo. Oh, da kam, glaub ich, ne Drohne. Oh, Jäger sitzt im Trophäenraum. Links ist zu. Hier geht anders auf. Oh, genau. Ähm, da kommt jetzt Bandit. Bandit wird von der Twitch-Store. Jäger geht es nicht, Jungs. Oh, wie da. Jäger ist im Trophäenraum. Jäger ist im Trophäenraum. Da ist jetzt einer, Daniel. Direkt am Fenster. Rechte Seite ist jetzt im Raum. Ist jetzt hier. Oh, jetzt kam er von dahinten. Na scheiße. Ist jetzt hier. Ah, meine Drohne ist dead. Wo war Cavera? Wo hat die dich gekehlt, Cooper? Mann, Mann, Mann. Irgendwie unten. Öh, unten? Okay. Hier scheint das so gewesen zu sein. Oh, diese Wuhre. Oh nein. Wir haben Bernie gemacht. Ich glaub, der holt dich. Nicht so schnell, ne? Nimm das. Komm ich auch nicht weiter. Ich geh unten rein in das Glashaus. Und das könnte das sein. Oh ne 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 ne! Was? Ohne Drohne ist es halt sehr tückisch, ne? Eine richtige Neunolaufung. Also, mich sofort so kill. Ja! Ja, wieder Headshot, das geht wieder ein Headshot, Alter. Das war mega der Headshot. Bestimmt noch vielleicht oder so, ey. Ne, ich sehe es nicht, weil mich hat Cavera gekehlt. Ach komm. Vielleicht für einen richtigen Operator. WTF. Alles klar. GG. Wir müssen den Bio-Gefahrgut behälter schützen. Den Raum sicher. Für Matarasha. Obwohl Röden ist wichtiger. Die Drohne der Gegner hat Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Wandbefestigung beendet! Die Rüstung liegt auf der Treppe oben. Tür befestigt! Es bleiben noch 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Die Tür ist verbarrikadiert! Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Die Tür ist gesichert! Die Tür ist gesichert! Die Tür ist gesichert! Die Tür ist gesichert. Die Tür ist gesichert! Ich kenne das Magazin! Die Tür ist gesichert! Der Tür Selber will auch auf. Da sollte mich vielleicht nur einer decken. Also der Ash ist am selben Fenster? Ich weiß nicht, ob es Ash ist. Hab den Thatcher. Das Böde ist, ich kann halt nicht beides decken. Das heißt, von einer Seite werde ich wahrscheinlich irgendwann gekillt. Hat das noch einer? Vorsicht. Ich wollte halt Deckung von da ein bisschen. Ja, ich guck, ich versuch's. Schön. War das Ash? Ja. Ja. Das ist aber nicht der gleiche, der spielt jetzt, was spielt denn der jetzt? Der spielt Twitch. Ich hab auch Vs. bekommen. Oh, die haben hier oben Lüg aufgemacht. Fick dich. Beim vom Lüg herunter droppen, ey. Der Wichser. Oh, ich hab den mega down gemacht, die Twitch. Die hat noch zwei Leben, oder eins. Die ist im Leben gekommen, doch Daniel, rechts. Sollste durch die Tür kommen? Ja. Die hat noch ein Leben, oder zwei. Ohne Witz. Komm. So ärgerlich. War die am Fenster? Über mir, über mir. Die kam vom Fenster rein. Über mir. Das macht Kopa, ich hab unten. Ja, guck, guck. Ohne Drohne. Er piekt. Und macht mich weg. Okay, der Typ ist am hacken. Siehst du, der hat noch einen live, ne? Ja, der ist am hacken. Ja. Sure. Sure. Ja, über mir ist ne Claymore. Irgendwo über mir. Na ja, hoch kann ich aber nicht gucken. Aua. Was? Ja, der war jetzt über mir. Na, fuck. Oben konnte ich nicht abdecken. Claymore vor dir? Hm. Ja, sie wissen auch. Da ernt die andere ist unten. Die hat kein Leben mehr. Linke Seite. Da, an meinem... Ich glaub, sie war am Bookshelf. Schon hinten links. Ja, da, da, da. Calm down. Du musst. Nee, sie ist rechts lang. Ja. Entschuldigung. Sie müsste eigentlich gemerkt haben, dass... Aber, aber hast du es gesehen? Es hat keine Drohne bei mir. Und sie... Perfekt zu mir hingepickt und mir einen Headshot gegeben. Perfekt. Ich denk's ja... Ja, ohne Spaß jetzt. Der Trench hat in dem Sinne verkackt, dass, ähm, sie nicht gemerkt hat, dass es umgekämpft war. Ja. Nicht mal nach oben geguckt. Das wäre jetzt ja, aber boah, nach oben geguckt und so. Na, da der Chunker Planet funktioniert, wenn du den da oben früher weggekriegt hast, dann... Na, ich war noch an einer ganz anderen Seite des Gebäudes, deswegen... Ja. Ich muss da erstmal hinlaufen. Deswegen, das ist das Problem. Oben konnte ich halt nicht gucken. Aber sonst hatte ich halt alles so weit im Griff. In dem Sinne, wenn du halt in dem Moment, wo du wusstest, dass jemand oben ist, dann hättest du auf dem Turret wegsteigen müssen, weil... Ja, aber dann hätte ich auf der Seite gekillt werden können in der Zeit. Die müssen hier lokalisiert werden. Lieber... Lieber die Chance gehen zu überleben, anstatt gehalts hier zu sterben. Nicht unser Raum. Küche mehr. Die sind höchstwahrscheinlich da oben im Lehrerzimmer. Oder? Ja, die sind da, wo die erste Runde waren. Die erste Verteidigungsrunde von denen. Ja, ja, Lehrerzimmer. Boah, der ist sau schwer anzugreifen, ey. Wir müssen aufpassen auf die, die immer rausrennen unten und alles. Wo ist denn der rausgerannt für den Cooper? Ähm, bei dem Fenster. Genau unter dem Raum. Unter dem Verteidigerraum. Biogefahrungsbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. In dem Sinne, die ist nicht direkt so rausglocken. Ja, die hat sich gekillt und dann nicht rausgelaufen. Da wird schon mit einer Shotgun rumgeballert? Ich weiß nicht. Da oben ist offen. Okay. Und der Vector hat auch schon geschossen. Die ist auch da, da wird auch schon draus geschossen, oder? Naja, unser Team hat da reingeschossen. Hier wird auch aufgemacht. Runden. Äh, oben. Hibana wurde da oben angeschossen. Auch wieder sofort rausgeschossen, oder? Irgendwo irgendwas zu gucken. Schön. Ich hab den Typen da unten angeschossen. Unten ist auch einer? Ja. Ist das Cavera gewesen? Weißt du das? Keine Ahnung. Könnt ihr nicht erkennen. Ne, die haben keine Cavera. Hier ist noch einer auf der Passage. Oder Vira. Fett. Pass auf, ich drohe das erste Mal bevor du da rangehst. Ne, ich leg da ne Claymore ran. Der Jager ist noch da. Der Jager ist noch da. Ich leg da ne Claymore ran. Ja. Er kann zumindest nicht rausspringen, ne? Ja. Wenn er rausspringen wird, wird er gefickt. Hm, I see. Da wird was aufgemacht. Hier bei mir. Ich glaub vom Raum aus. Hm. Boah, irgendeinen hatte ich doch noch gesehen. Schön. Schön, Daniel. Da ist aber noch einer. Ja, geh lieber in Sicherheit. Irgendwie. Jungen, kannst du für mich die Luca drohen oder so? Äh, ich bin grad ganz woanders. Ja, du bist auch noch auf dem Dach. Okay, jetzt wirst du runter gehen. Nein. Mache du. Als ich dich gefragt hatte, warst du noch auf dem Dach. Schön. Ähm, ich drohe mal den Raum, dann können wir wissen. Einer noch im Raum, lieber. Ja. Die ist hinterm Bookshelf. Ich hab sie markiert. Und der zweite ist auch da, glaube ich. Vorsicht. Die piekt, die piekt jetzt. Die ist dahinter. Genau am runden Punkt. Ja. Schwiss. Ich sag, wenn sie meine Drohne angucken, dann pushen sie. Dann guckst du die von zwei Seiten da. Den kannst du nur da aufhören. Schön. Der andere ist da auch, oder? Nee, der andere ist da nicht. Ah, GG. Der kommt hinten. Meine Güte, ey. Verletzten Meter, ey. Ganzes Magazin reingepumpt. Ich hab mich da in der scheiß Säule versteckt mit sofort auf die Säule gefilzt. So was kann ich nicht verstehen. Hey, 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 hey. Wir haben echt noch ein Zwei-Zwei draus gemacht, ey. Der erste Port wird kommen, ne? Ja, leider. Ja. Äh, soll ich Fetscher nehmen? Ach so. Ach so. Ja, warte. Ne, mal. Ah, jetzt hat der andere Fetscher übernommen. Okay, jetzt hat der andere Fetscher übernommen. Äh, dann nehm ich. Komm. Jakar ist mal stark. Ja, das war aber auch ein Tanz mit der Mirror, ey. Ich hab's gesehen in der Drohne, ey. Da war das ARCOG-Visier ein Nachteil, ey. Aus der Distanz. Ja. Auch dafür hab ich schon gemessen. Das stimmt. Das ist auch lustig aus. Kein großer Raum. Ich glaub auch nicht diesmal leerer Zimmer, also könnte ganz woanders sein. Ich glaub, die könnten unten sein. Oder Trophäen, ja, die sind nicht leerer Zimmer. Ich glaub den Raum. Oh, die sind in der Küche. Oh. Das ist nicht die Küche. Ah ne, das ist der eine, ah, das ist der, das ist ein guter Raum, find ich. Ich kenn ihn zumindest. Kein guter Raum, aber ich kenn ihn. Das ist schon mal gut. Der Raum ist relativ offen, man hat da zwei Fenster, man hat diese eine Wand da, äh, und so ist, der Raum ist von vielen Punkten aus angreifbar. Kannst von den Fenstern aber auch gut gekauft. Ja, da müssen wir aufpassen. Sie werden auch, wir haben und sie werden Fenster öffnen. So wie sie es die ganze Zeit schon gemacht haben. Da ist schon aufgegangen? Jo. Die kennen jeden Vickspawn, naja hier. Die kennen jeden Vickspawn. Schade. Keine Ahnung, wo die Camps sind. Und da ist es einer. Einer vorne, einer hinten. Hast du die Außencamps da? Ja. Gibt es da nicht drei Außencamps? Warte. Keine Ahnung. Ich hab... Also die hast du hier. Die hab ich ja. Ich hab mir hier noch nix ausgemacht. Okay. Haben wir ne Drohne noch im Raum? Man kann gut durch die Barrikade schießen. Wenn du deckst, dann fahr ich mit der Drohne mal eben rein. Man ping, versuche ich die einzupingen. Ich sag mal, wenn du langsam Richtung Fenster gehen sollst, wenn der ping schnell kommt. Ähm, wie komm ich denn da rein? What the heck doch! Das doch! Ähm, Sub, bist du Fenster? Ne, der ist oben im Lehrerzimmer. Ah, fuck. Ähm, ah, warte mal. Lass mich mal was suchen. Ich hab mir die Drohne gleich erwischt. Oh! Schön. Oh, hier drüben! Ja, ah nein! Oh! Hab ihn getroffen, einmal. Na, der könnte jetzt auch nach oben gehen. Hab ihn auf jeden Fall getroffen. Ist, ist da... Ich hab ihn doch getroffen, dieser scheiß Drecks! Der hat sich overhealed. Das ist Doc. Der hat sich overhealed. Das ist Doc? Ui. Ja, der hat jetzt Doc, der Wichser. Der hat sich overhealed. So ein Bastard, ey. Fuck. Nur noch einer vom eigenen Truppen. Schön. Ah, hier unten war auch einer. Nicht cool. Okay, ich würd gerne wissen, der Jäger kam volles Karo runtergerannt. Ist die Treppe runtergesprungen und hat wieder sofort gewusst, wo ich bin. Naja. Die wissen immer sofort, wo wir sind. Und in der Nähe waren keine einzige Kamera. Das kann halt echt nicht sein. Alter, ich den Wichs doch gleich mal den Hör getrunken, bitte. Fuck, bitte. Ich hab keine Drohne mehr, ne? Ich hab keine Drohne mehr, ne? Ich hab nichts gehört. Ich hab nichts gehört. Ich werd safe von da gefickt, wenn ich da ins Fenster gehe. Okay. Ist immer so. Fuck. Ja, halt jetzt gut zu wissen, ob der Raum leer ist. Ich hab halt keine Drohne mehr und das fuckt mich ab. Der Jäger ist garantiert draußen. Oder der Bennett, keine Ahnung. Der Jäger hat grad was passiert. Ich hab's rechts von dir gehört, ja. Der Jäger ist, glaub ich, wieder im Raum. Naja, der ist am großen Eingang. Der ist jetzt links von dir. Der ist am großen Eingang. Ja, der ist links von dir. Und hat er die HVS auf uns platziert? Wir wissen bestimmt, ob das du da bist. Direkt nicht in unsere Ecke. Soll ich die Wichser? Jetzt kommen erst mal noch die coolsten Sprücher. Ja, blöde. Ja. Ich hab gecallt. Easy. Sie sollen sich lieber mein Leben holen. Aufnahme stoppen. Die hat aber auch wieder okay. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao. Ciao.